Larry Crown in den Personalbereich. Wie war das? Man muss immer zweimal hinhören. Larry Crown in den Personalbereich. Larry Crown in den Personalbereich? Crown. Unsere Wege trennen sich heute. Das klingt, als wäre ich gefeuert. Die sagen, weil ich nicht aufs College gegangen bin. Du kannst dich immer noch einschreiben. Da gibt's bestimmt tolle Lehrer. Das sind alle? Entschuldigung, die Mindestteilnehmerzahl sind zehn Studenten. Also findet der Kurs nicht statt. Danke. Ist das hier freies Sprechen 2017? Ich frage mich, ob es irgendjemanden in meinem Kurs interessiert, ob ich da bin. Sehen Sie Ihre Zuhörer an. Suchen Sie sich drei verschiedene Fixpunkte. Fangen Sie links an. Sehen Sie demjenigen in die Augen, der dort sitzt. Hallo? Hi. Und, wie schnell ist die Karre? Oh mein Gott. Larry, das Teil hat Power. Ich hab dich letztes Semester hier gar nicht gesehen. Bist du ein Ex-Bulle? Wie kommen Sie denn darauf? Weil du dein Polo-Shirt in die Hose gesteckt hast. Du könntest noch viel cooler sein. Das sind zu viele Veränderungen, glaube ich. Ach Quatsch. Zieh deine Hose aus. Mein Freund ist da. Zieh die Hose wieder an. Na, wenn da nicht jemand auf dem Bus wartet, wollen Sie mitfahren? Na schön, aber ich werde mir nicht diesen Eimer auf den Kopf setzen. Mit der Navy bin ich fünfmal um die Welt gereist. Aber ich könnte euch unmöglich davon berichten, hätte ich mich nicht in einen Kurs wie diesen hier eingeschrieben. Sie arbeiten hier? Meine geheime Identität. Sieh einer an. Willst du mich küssen? Du bist echt süß. Ich kann dich sehen.